vierte advent ich freue mich wir haben es geschafft heute ist der 24 heute ist heilig abend ich brauche auch nicht auspacken heute es gibt eine kerze heute eine gestempelte kerze da freue ich mich sehr ja das war der adventskalender von der lieben anja mir hat sehr viel spaß gemacht den advent mir mit diesem adventskalender zu versüßen ich habe mich sehr gefreut jeden tag diesen kalender auszupacken und jetzt kann ich mich erfreuen an den ganzen tollen dingen die wir ausgepackt haben ja falls es euch spaß gemacht habt und ihr lust habt auf diesen adventskalender verlinke ich euch anja natürlich unten noch mal in die infobox und dann könnt ihr für nächstes jahr schon mal einen vorbestellen ja meine weihnachtsworte an euch kommen heute nachmittag mir bleibt jetzt erstmal nur tschüss zu sagen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen und erst mal schöne weihnachten tschüss bis zum nächsten Mal